Grüß euch, hier ist deine Nashi-Chan und herzlich willkommen zum Daily Vlog Tag 5. Und ja, ich habe am Morgen wirklich gefilmt. Ich will es am Nachmittag nicht machen, weil ich richtig ein bisschen chillen werde und so. Und meine Katze chillt es natürlich mit mir dahinten. Er erzielt sein Leben mit mir dahinten. Und ja, wie schluss etwas passieren wird heute nichts mehr. Also nichts mehr. Es ist alles gemacht, was gemacht werden muss. Ich schaue jetzt nochmal meine E-Mails vom Handy. Hä? Ja, am 7. Ja, am 7. Ich wollte folgern etwas. Also, was ich aber noch sagen ist... Ich weiss. Das ist auch nicht lustig. Egal, es wird nicht mehr wie das Grosses passieren. Und ja, ich muss das nicht wissen. Ich glaube ich werde heute Livestreamen, aber ich weiss es nicht. Weil ich habe ein paar Stücke zum Spielen. Doch, kommen wir dann nicht Livestreamen. Okay. Hier und jetzt könnte ich einen Livestreamen und zwar heute um 19.30 Uhr gibt es einen Livestream auf auf Twitch.tv. Und zwar werden wir dort ein bisschen Gitarrenstücke spielen und so. Und ich hoffe es ist keine Copyright Musik. Hoffentlich. Egal. Egal. Wie gesagt, ich werde heute Livestreamen auf Twitch. Spielen ein paar Gitarrenstücke. Hä? Du musst eine Lehrerin fragen. Ich weiß. Er sagen. Dass du ein Mietbuch hast und vielleicht nur vor Mittag dort gehen und dann... Ich weiß. Oder bis... 2 Uhr? Ich weiß auch nicht. Mhm. Aber bringe dich. Du willst mir auch wieder nach vorne. Eis. Eis. Yo. Also das ist genau. Echte Musik streamen, echt ein paar Gitarrenstücke spielen und zu singen. Mit der Gitarre für Licht. Ich weiß gar nicht. Darf man Tate, Ariane, streamen? Egal. Wir werden wahrscheinlich, glaube ich, irgendetwas Spiele online suchen und dann spielen. Und dann... Und dann ja. Moment. Und ja. Und dann äh... Dann äh... Du bestremen. Und dann... Ich mach's nochmal auf Hochdeutsch. Also bitte nicht verstecke. Kommt auf meinen Twitch-Tenden um 19.30 Uhr. Heute um 19.30 Uhr werde ich livestream und zwar auf twitch.tv. Slash Nachika. Und ja. Mal gucken, was passieren wird. Aber hier wird nicht mehr groß passieren. Ich mach's einfach ein Livestream und das ist ein One Take. One Take Daily Vlog. Nein. Vielleicht wird noch etwas passieren, aber... I'll let you know if some... So, ich hab's ein Auge. I'll let you know if something gonna be heaven. Und ich und meine Katze chillen das richtige Leben. Und ja. Ich lass mich wissen, was etwas passiert. Aber momentan passiert nicht mehr. Und darum. Bis später.